So, es geht weiter mit Let's Play Half-Life 2. Und ich dachte eben grad, er wollte landen. Scheinen wir doch nicht so gut, es geht weiter, aber... Ja, wir... Ach du Scheiße. Äh, ja, wie soll ich das schaffen? Ich hab genau da gespeichert, wo ich gestorben bin. Lustig, ich hab kaum noch Leben, Mann. Wie soll ich denn das schaffen, ey? Gibt's denn nicht? Hallo? Behindert? Ich hab doch nur so wenig Leben. 5 HP. Musst du checken. Ich verpiss mich jetzt einfach, ich renne einfach durch. Ne, das schaffst du mit 5 Leben nicht. Hallo? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, fuck. Scheiße, das hat mir geschossen. Das hat mir wieder zugeschlagen. Wenn das jetzt nicht mal knapp war, dann weiß ich auch nicht. Alter, mit so wenig Leben... Ist das unfair? Oh Gott, ey. Genau. Wie zu helle soll ich das mit 5 HP schaffen? Gut, immer verstecken, immer verstecken. Jetzt kommt das Arschloch von da. Ach, ist das herrlich. Gott, Spannung steigt. Durch, du Pisser. Gott sei Dank, ey. Meine Fresse, ich brauche Leben. Ja, Leben. Nein, natürlich, immer wieder keine Leben. Herrlich. Ah, der liegt ja auch schon eine Weile. Da sind aber Leben. Ja, und da liegt ein Toter. Gott sei Dank, Leben, ey. Ich spreng das mal eben kurz in die Luft. Gut. Guck jetzt hier lang. Bis sich. Äh. Ich meine mal die Tür zu. Oh, geht nicht, cool. Nice. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Spreng einfach mal, lass uns mal in die Luft. Dadurch kann ich nicht, also muss ich hier lang. Hier lang muss ich entweder oder in die andere Richtung. Und er schießt schon wieder. Unglaublich. Wie er mich zerbomben, das gibt's gar nicht, ey. Nichts besser zu tun. Und das Schlimme ist, er wird uns das ganze Let's Play über fast verfolgen. Ach ja. Na, das ist nicht schön. Der nervt davon nur. Ich kann mich auch nicht wirklich gegen ihn wehren, weil ich keine guten Waffen bis jetzt habe. Ja, das ist nicht so wunderprächtig, aber... Na gut. Und das hat Boom gemacht. Bitte nochmal. Danke. Da werde ich mal eben durch. Hallo. Oh, cool. Los, schlag dich zusammen. Gut, ich verpiss mich mal. Krank. Aua, ich steche mich. Ich bin ja fast wie Mücken, ey. Schlimme Dinger. Und noch mehr. Das war jetzt eventuell scheiße. Aber immerhin sind wir jetzt losgeworden. Obwohl ich jetzt hier... 50 Leben verloren hab. Na, macht ja nichts. Sind ja auch nur Leben. Und wer wartet da auf mich? Ich muss erst mal durch. Nur bis jetzt ist niemand da. Das ist ja schon mal fein. Oh, oh. Macht denn das hier drin? Das ist wahnsinnig. Geh raus hier. Eins, wundern mich, dass ich mal in den Lüftungsschacht springen kann. Nice. Bin ich hier falsch anwesend für? Nö. Nö. Hm. Gut, ich bin hier falsch. Ich bin grad durchgeglitscht. Ich seh nichts. Dun, 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 dun. Hallo. Da, dann geht's glaub ich, oder? Also es geht nur nach unten. Ich guck erstmal, was hier ist. Gut, ich guck da nicht, was hier ist. Es geht nur nach unten. Ja, endlich, ne Waffe. Darf ich euch vorstellen? Das ist die... Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein Maschinengewehr. Und hier geht's durch. Gut. Nein, nicht gut, hier ist nichts. Weiter geht's. Nein, hier kam ich hier. Dun, 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 dun. Gut. Weiter geht's. Noch längst ist noch nicht alles geschafft. Da kommt noch jede Menge. Könnt ihr mir aber glauben. Ich geh mir erstmal mit meiner kleinen Pistole weiter. Bisschen Munition sparen und sammeln für meine andere Waffe. Die schicken also mal das scheiß Ding los. Gut. Gut, 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 gut. Ich muss jetzt mal glotzen, wenn ich hier hochkomme. Oder reinkomme. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, stimmt, ich muss hier lang. Aber zuerst... Töte ich den. Dann den. Dann geht mir das Ding auf die Eier. Jetzt glaube ich mir erstmal ein bisschen... Triladralalulala. Und jetzt geh ich hier durch. Nice job. Gut. Jetzt geht's hier rein. Ich bin ein Einbrecher. Gut. Gut. Ich würde erst mal sagen... Ah, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Aua, das hat weh. Mir geht so viel Leben ab. Geht's so. Das kriegen wir jetzt zurück. Mehr. Und er ist tot. Gut, ich würde erst mal sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis denn und ciao.